Servus Leute, mein Name ist Timo Scheider, Zwei-Para-DTM-Champion. Ich bin Markenburschafter von Diamontis. Diamontis ist Hersteller von Bremen Fahrzeugkriegen und verlost halbjährlich an seine Kunden Supersportwagen. Also, auf was wartest du? Geh in den Online-Shop und nutz deine Shops. Mit Euro-Einkaufswert erhältst du ein Los für das aktuelle Gewinnspiel und wie immer ausgelost wird per Zufallsgenerator. All das wird natürlich beaufsichtigt vom Notar, aber viel wichtiger ist, dass du viel Glück hast und viel Spaß bei der Autoflucht. Das Viamontis Drying Towel ist für mich mit Abstand das Beste, was es auf dem Markt gibt. Bis zum nächsten Mal.